Ganz schwanger, okay, oder gar nicht schwanger, aber es gibt nicht halb schwanger. Also, wenn du eine Entscheidung triffst, zieh das einfach mal durch. Ich bin der Beste und bin der Tollste. Ja, nein, du kannst nicht alles. Glaub mir, du kannst nicht alles. Definitiv nicht. Und wenn dann das erste Geld fließt, dann gehen die meisten sowieso aus. Ein Vertriebler, der nur rumsitzt und die Bestandkunten abfährt, Kaffee trinkt und die ein bisschen betreut, das ist kein Vertriebler, das ist eine Kostenstelle, aber keine Umsatzstelle. In der Frisur war es damals so Becker-mäßig Fuku Hila. Es ist soweit. Herzlich willkommen zu unserem DDK-Podcast Nicht labern, machen. Zu meiner Rechten folgt die Person, wo viele sagen, er ist herausragend wie Haife schlossen, unser Mike Zick. Hi. Hi Maxi. Und zu meiner Linken, wie ihr es ja gerade schon rausgehört habt, sitzt mein wundervoller Geschäftspartner und bester Freund, Maximilian Schnitt, wo viele über ihn sagen, dass er nicht nur herausragend ist, auch wie Haife schlossen, sondern vielmehr der Kopf hinter DDK ist, der alles immer zusammenhält. Eigentlich könnten wir dich auch Manuel Neuer nennen, oder? Ich weiß nicht, nee, der ist verletzt. Der ist verletzt, genau. Jan Sommer, wie heißt der? Oder Couture, was du gestern meintest. Ja, genau. Ja, Mike, ich glaube zum Anfang, damit wir jeden abholen, viele sind vielleicht hier, die uns noch gar nicht kennen und nicht verfolgen und nicht wissen, wer wir sind, was machen wir eigentlich, woher kommen wir überhaupt, was tun wir? Sag doch mal ein, zwei Worte zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Welche Blutgruppe habe ich? Welche Blutgruppe hast du? Welche Blutgruppe habe ich? Alarmiker. Aufgrund des Fingerabys. Okay. Mike Zick, 37 Jahre jung und ich komme gebürtig aus dem schönen Tübingen. Es liegt im schönen Schwabenland bei Stuttgart. Und ich habe damals klassische Ausbildung bei einem großen Modekonzern in Metzingen gemacht. Ich habe kaum ein bisschen ätzeln. Vielleicht muss der Cutter das rausmachen. Wo ich da war. Also vom Hugo zum Boss, kann man so schön sagen. Und ja, ich habe Maxi dann vor zehn Jahren, haben wir uns kennengelernt. Damals auf einer Veranstaltung in Augsburg. Und es war, wie lieber auf den ersten Blick, also wir haben uns jetzt nicht über Tinder kennengelernt oder sonst irgendwelche Plattformen. Obwohl du es ja öfter sagst, wenn jemand abfragt. Obwohl wir es öfter sagen. Standardspruch. Ja, also wenn die Leute zu uns sagen, wo habt ihr euch kennengelernt, dann ist immer bei uns der Ansatz, wir haben uns über Tinder kennengelernt. Und ich finde es an sich auch immer total lustig. Wir haben uns aber in real life bei einer Veranstaltung in Augsburg damals kennengelernt. Da war ich als Gastsprecher eingeladen. Und ja, dann war es wie Liebe auf den ersten Blick. Es hat super gepasst. Ja, und daraus ist so die Idee entstanden. Lass uns doch gemeinsam richtig abreißen. Lass uns doch mal zurück. Du bist ja, darf ich dein Alter sagen? Ja klar, 37 habe ich gerade schon. Also bis 37, ja. Du hast ja zehn Jahre zurück, das heißt 27. Das heißt, du hast ja zwischen deiner Berufsausbildung, ich glaube jeder weiß, Berufsausbildung machst du nicht mit 25. Also vielleicht manche schon, aber jetzt eher bei dir nicht. Was hast du Jahre davor gemacht? Also hast du irgendwie, bevor wir gleich zukommen, wie wir uns kennengelernt haben, gab es ja auch noch ein paar Jahre vor mir. Was hast du da gemacht? Wie kamst du dazu, dass wir, weil klar, wir sind aus dem Vertrieb, beide, wir haben Vertriebsvorerfahrung oder Vorgeschichte auch. Was hast du gemacht? Ja, also bei mir war es eigentlich so klassisch, ich habe Ausbildung gemacht, wie gesagt, als Industriekaufmann und habe dann so während meiner Ausbildung festgestellt, ich habe so einen Gendefekt. Also mir fällt das Angestellten-Gen und das heißt nicht, dass ich Angestellte deshalb schlecht finde oder verurteile für irgendwas, ganz im Gegenteil, sondern bei mir ging es vielmehr darum, ich habe einfach gemerkt, ich will mehr aus dem Leben machen. Und ich glaube, das kennst du auch. Ja, klar. Und ja, so kam einfach die Überlegung, was mache ich jetzt überhaupt, weil ich habe keinen Bock, irgendwie mein Leben lang angestellt zu sein. Und ich wusste, dass eins meiner großen Stärken ist, dass ich reden kann, aber mir ist es am Anfang natürlich durch das Stottern, kommen wir vielleicht noch später dazu, ist es mir extrem schwer gefallen. Aber ich wollte einfach so eins meiner größten Schwächen zu eins meiner größten Stärken werden lassen, Thema Kommunikation. Und so habe ich dann schlussendlich angefangen, ja, so die ersten Gehversuche im Network-Marketing zu starten. Ich habe damals jemanden kennengelernt bei meiner Ausbildung damals, der, wie erzählt er, der macht Schneeballsysteme. Das ist der klassische Einstieg im Vertrieb, also gut zuhören jetzt. Es war wirklich der Klassiker und ich komme aus einer Bankerfamilie, Papa-Bank, Schwesterbank, Mutterbank. Und jetzt kommt wirklich die große Herausforderung, nämlich, ihr könnt es euch vorstellen, jetzt geht er nach Hause und du sagst zu deinem Dad oder zu deiner Mom, und mein Papa hat damals gesagt, ja, was willst du jetzt nach deiner Ausbildung eigentlich machen? Und ich habe dann so gesagt, ja, ich mache Schneeballsysteme. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du das zu Hause sagst, zu deinem Dad, was dann passiert, der hat sich so gedacht, also nicht dieses himmelhoch jauchzen, mega geil, super, also so ne Mann, ich gratuliere dir recht herzlich, so Schulterklopfer gab es einfach nicht, sondern der hat einfach sich so wahrscheinlich innerlich gedacht, das ist nicht mein Sohn, kommt auch nicht von mir. Ja, und so, lange Rede, gar kein Sinn, was ist dann passiert? Die Kurzfassung, ich habe dann angefangen, in dem Moment einfach für mich so eine Entscheidung zu treffen, ich will mehr aus meinem Leben machen, habe dann damals ein Training selbst besucht, habe mein letztes Geld zusammengekratzt, habe damals mein Auto verkauft, du weißt es, Lupo, Lupo, 1,2 Liter war das damals, oder 1,4 Liter, du bist der Autoexperte bei uns beiden. 1,2 Liter war es. 1,2 Liter, 59 PS hat er gehabt. Und, ja, dann bin ich mit meinen letzten Groschen nach München gefahren, habe damals dann ein Training besucht, derjenige hat zu mir damals gesagt, hey, du bist ja völlig verrückt, aber ich wollte unbedingt wissen, wie man so Menschen anspricht, wie man Menschen kontaktet, ja, und Rest der Geschichte, werden wir euch dann in den nächsten Podcasts immer wieder erzählen, aber es war für mich dann einfach so ein Schlüsselerlebnis, dass ich gesagt habe, hey, du kannst im Leben wirklich alles schaffen, wenn du aber wirklich auch bereit bist, diesen Preis zu bezahlen. Ich glaube, viele werden uns jetzt über die nächsten Podcasts richtig kennenlernen, weil es ist ja immer schön zu sagen, ja, die Jungs sind gut aufgestellt, die haben ein tolles Leben, aber so was du, ich spreche für alle Erfolgreichen jetzt mal, was du wirklich so durchlebst, auch für Schmerzen in Form von schlaflose Nächte und du bist wirklich deprimiert, niedergeschlagen etc. Ich glaube, das kann man nur sehr schwer nachvollziehen. Also ich glaube auch. Aber erzähl doch mal was von dir, Mensch. Wie bist du, also du hast... Ich muss eins reinwerfen, du hast da was mir immer erzählt. Ja, Mike, erzähl, hau raus. Als du am Anfang kein Geld hattest, dann hast du mal den Golf von deiner Oma genommen, weil du ja kein Auto mehr hattest, dann war der Auspuff kaputt und dann hast du dir immer bei der Art, die, darf man sagen, hast du dir immer... Ich habe früher erst zugeklebt unten. Genau, du hast dir Auspuffdichtmittel gekauft, versucht selber zuzukleben. Jeder, der Mike ein bisschen kennt, der ist jetzt handwerklich oder so, das ist nicht seine Stärke und dafür braucht er ja, das braucht er letztendlich auch nicht bei uns. Aber das ist einfach so witzig wie die Vorstellung, dass du dir den Auspuff zuklebst, weil du kein Geld hast dafür, dass du ihn wirklich, dass du wirklich weitermachen kannst. Ich bin handwerklich eine Vollkatastrophe, um es auf den Punkt zu bringen. Ich bin froh, wenn ich mal selbst eine Lampe hochschrauben kann oder sonst irgendwas, aber ich sage, für alles andere... Ich habe dir auch schon einiges beigebracht. Genau, also du bist sowieso so Bob der Baumeister oder wie gesagt, hör mal, wer da hämmert, ja. Aber ich sage, für alles andere kann man sich ja Kompetenz einkaufen und ja. Ja, zu mir. Ja. Wo fange ich an? Ich bin heute 30 Jahre jung, ich habe dieses Jahr meine zwei abgegeben, jetzt seriös 30. Ich komme aus einer klassischen, also nicht klassisch, würde ich eher sagen, aus einer selbstständigen Familie, Unternehmerfamilie auch und habe hier viel schon durchleben dürfen. Ich arbeite seit ich 14 bin tatsächlich, auch bei meinem Papa im Betrieb mitgearbeitet, da viel mitnehmen dürfen, einfach war in der klassischen Immobilien-Finanzdienstleistungsbranche tätig, was sich heute auch wieder so ein bisschen in unserem Kundenklientel widerspiegelt, also auch parallel zu früher, aber hat immer gesagt, so ja, du wirst hier mal in der Firma arbeiten und da habe ich gesagt, nee, also es ist cool, es ist nett, ich will auch selbstständig sein, das wusste ich schon immer, aber das ist nicht mein Gebiet. Also rein dieses klassische Maklerei, Versicherungen, Immobilien, Finanzen, das ist nicht meins, das ist wirklich nicht meins, aber ich wusste, da ist irgendwas anderes in mir und ich glaube, eine große Stärke von mir ist Kreativität. Absolut. Die ich sehr, sehr gut auslebe und Vorstellungskraft habe ich eine sehr, sehr gute, würde ich sagen. Muss ich kurz einwerfen, also man darf ja normal nicht ins Wort fallen, zumindest habe ich das irgendwo mal im Podcast, oder? Aber das ganze Office, wenn ihr hier mal herkommt oder für all diejenigen, die schon hier drin waren, das ganze Office, warum das so geil ausschaut, Ebola, seine Schmiede. Genau, das ist eine meiner Stärken und dann habe ich klassisch mit 16, 17 sowas, habe ich meine Berufsausbildung angefangen, Kaufmann für Marketingkommunikation gelernt in München, in der großen Werbeagentur, die waren damals für riesen Münchner Chemieunternehmen tätig und da haben wir das Marketing gemacht, also wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, war das der Wahnsinn. Also wir haben wirklich die kreativ krassesten Sachen gemacht, wie man aus Polycarbonat schön vermarkten kann. An der Kunde war noch ein Pharmaunternehmen, auch brutal, Aspirinverpackungen schön darzustellen, also wirklich auch, das war krass. Aber dann habe ich meine Ausbildung, die Chance bekommen, rausbekommen, ich kann sie verkürzen und dann habe ich für mich gewusst, okay, ich verkürze das, bin zu meinem Chef gegangen, er hat dann eh gesagt, so ja, kann ich nicht übernehmen, dafür reicht die Arbeit nicht und so weiter. Dann habe ich gesagt, so okay, pass auf, das ist meine Chance, ich will eh selbstständig werden und gar keinen Bock. Parallel habe ich noch in der Gastronomie jahrelang gearbeitet, in einem Nachtclub hier bei uns lokal. Also ich komme hier, wo unser Büro ist, Fürstenfeldbruck, also das Büro ist in Inning am Ammersee, aber ich komme aus Fürstenfeldbruck, sind Luftlinie 10, 15 Kilometer ungefähr. Und da habe ich gewusst, okay, passt. Dann habe ich mich am Anfang mit Gastronomie so ein bisschen über Wasser gehalten, habe mich direkt blind selbstständig gemacht. Heute würde ich sagen, bist du verrückt, so a la Papa-mäßig. Aber damals war das Beste, was ich machen konnte, weil ich hatte gar keine Optionen zu überlegen, sondern ich musste einfach tun und nicht dieses, ah, was sage ich jetzt, tue ich, was mache ich hier, ich habe gar keine Sicherheiten, ja, scheiß drauf, habe gesprochen, habe es einfach gemacht, durchgezogen. Die ersten zwei Jahre waren die reinste Hölle auf Erden, wirklich Hölle auf Erden. Ich habe jeden Euro 18 Mal umgedreht versucht, auseinanderzusägen und daraus mehr zu machen. Aber jetzt kommt das Gute, die richtigen Sachen kommen zur richtigen Zeit. Und dann gab es eine Firma in Augsburg, für die ich gearbeitet habe, teilweise im Vertrieb und auch unterstützt im Marketing. Ja, und dann hieß es irgendwann, ja, da ist jemand, der hält einen Vortrag, schau dir das mal an, komm vorbei. Und das war, bin ich am Abend, da noch hingefahren. Ja, und dann kam aus dieser Tür, ich bin natürlich nach dem Vortrag erst gekommen, weil ich vorher nicht konnte, musste noch arbeiten. Und dann hieß es irgendwie, ja, das ist Mike Zick. Ich weiß im Moment heute noch, diese Tür geht auf, das war in Augsburg. Also hier Augsburg auch ums Eck, quasi die Mitte zwischen Bayern und Schwabenland. Das war unser Anfang. Da haben wir uns kennengelernt, das ist auch heute immer, wenn wir mal vorbeifahren oder sagen, hey, da ist es, das Büro. Also das Büro gibt es noch, die Firma nicht. Die Geschäftsführer haben damals Geld veruntreut und ist der Laden direkt pleite gegangen. Also es lag nicht an uns. Also nicht durch den Vortrag. Genau. Dann hat sich so eine Freundschaft entwickelt und dann habe ich so überlegt, okay, hey, was mache ich? Und Mike war ja damals schon Mike Zick. Und, also das ist ja heute noch Mike Zick, er war es damals auch, der Direktkontakt da. Und dann habe ich so gesagt, hey, Mike, das ist cool. Und wollte dann eigentlich ins Ausland gehen. Wollte nach Kanada. Stimmt, ja, Mann. Hatte schon mein Visum, hatte einen Rucksack zu Hause. Habe ich, ja genau, und dann wollte ich eigentlich los. Und habe zu Mike gesagt, du, pass auf. Jetzt hält mich eigentlich nichts mehr. Jetzt will ich weg. Dass ich so ein bisschen so Freigeist, würde ich sagen, auch in einer gewissen Art und Weise bin. Da wollte ich unbedingt weg. Und dann hatte ich schon fast gefühltes Ticket. Und der Mike sagte immer so zu mir, hey Maxi, komm, wir verstehen uns so gut. Lass uns doch was zusammen machen. Mein Projekt. Ich kriege das hin. Wir schaffen das zusammen. Machen ein bisschen Vertrieb. Die Stars reisen rum. Ist geil. Und dann kannst du immer noch Work and Travel in Kanada machen. Aber du musst nicht mehr arbeiten. Sondern du darfst dann reisen. Denn, ja, geschafft haben wir es bis heute nicht. Aber dafür haben wir was anderes, glaube ich, ganz cooles hinbekommen. Und viele Teile der Erde und der Welt auch schon gesehen. Was echt schön war. Ja, und dann haben wir angefangen. Und dann habe ich damals mit meinem damaligen Marketingstand Mike Zick das erste Logo gemacht. So ein bisschen die erste CI entwickelt. Ja, und dann hat das irgendwie Fahrt angefangen. Würde ich sagen, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Maxi. Aber ich habe gerade so ein bisschen Pipi in den Augen. Das ist echt so. Das ist echt krass. Und vor allem auch, wie du das schön erzählt hast. Ich habe gerade echt Gänsehaut. Also ich glaube, ihr könnt das über die Kamera oder wenn ihr gerade unterwegs seid oder irgendwo zuhört. Also schaut auf YouTube. Da wird das Video auch dann hochgeladen. Das ist echt krass. Weil wenn du so zurückdenkst, so viele Jahre. Boah. Und eigentlich ist es noch gar nicht so lang. Also wir hatten es vorher zu unserem Videograf, der hier ist die Tage, haben wir es gesagt. Wir machen es eigentlich erst so DDK wirklich intensiv seit ja jetzt acht Jahren. Und das ist auch das, was wir viel in diesen Podcasts auch reden werden. Dieses, man unterschätzt total, was man in einer längeren Zeit machen kann. Aber überschätzt sich so. So, ich muss jetzt in einem Jahr immer alles schaffen und sofort meine Ziele erreichen. Ich muss hier 10k verdienen. So, ja, nee, Bullshit. Geh mal auf Long Term, auf Nachhaltigkeit. Und ich glaube, wir haben in der Zeit schon viele kommen und sehen gehen. Die möchten gerne Coaches hier und da und dralala. Und das ist halt einfach dieses, nee, da ist keine Konstante da. Wir sind natürlich nicht der Größte am Markt. Das wissen wir auch. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber die Größten am Markt sind ja teilweise schon, ja, ohne es ansteuern, sind halt schon Opas. Die gehen ja schon bald in Rente gefühlt. Gut ist auch verdient. Die haben auch schon viel geleistet und die haben auch schon viel Gutes getan. Schlechtes weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht so sagen. Aber was bei uns schön ist, wir haben halt eine konstante Steigerung über Jahre hinweggelegt und nicht irgendwann mal so ein Durchbruch, ein Fall, ein Durchbruch. So, nee, wir hatten immer eine schöne Steigerung. Und dann konstant, genau. Uns geht es gut, der Firma geht es gut. Wir können davon sehr gut leben. und machen es halt, wie gesagt, erst acht Jahre. Und das Schöne ist, hey, was wir jetzt in acht Jahren geschaffen haben, schauen wir, was in acht Jahren noch weiter passieren kann. Und das ist auch immer das, natürlich ist es bei uns auch so, wir sind beide das ungeduldige Menschen. Wir wollen immer sehr viel auf einmal. Wir wollen immer direkt loslegen und immer direkt schon alles haben. Heute geplant, morgen umgesetzt, übermorgen muss fertig sein. Aber das funktioniert nicht und das durften wir auch hart lernen. Aber auch der Start. Würdest du sagen, dass es immer gleich von Anfang an bei uns so war, dass wir Erfolge feiern konnten? Oder wie würdest du sagen, aus deiner Perspektive, wie es war für dich? Also ich glaube, Erfolg hat man ständig. Also ich finde auch, dieses Thema Erfolg wird ja immer so Misserfolg, Erfolg. Es gehört ja ganz normal dazu. Also wir haben uns ja die letzten Jahre so krass entwickelt, Maxi, auch in unserer Persönlichkeit. Und da gibt es ja einen schönen Satz, der heißt, viele Menschen haben viel erreicht, aber nichts aus sich gemacht. Und ich glaube, wir haben in vielen Lebensbereichen uns unglaublich weitentwickelt und haben eine Tiefe hergestellt zu vielen Bereichen. Und was man natürlich auch nicht verwechseln darf, gerade diese Misserfolge, die gehören ja zum Spiel dazu. Also das ist ja ganz normal. Ich glaube, da spreche ich für uns beide. Ich würde schon sagen, ich glaube, du lernst doch vor allem viel mehr draus. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, wenn du etwas anfängst heute, ist nicht dieses, ja, komm mal zu unserem System und wir schauen mal so ein bisschen und das wird schon irgendwie so. Nee, ich denke, der Grundwille von Besessenheit für eine Sache muss da sein. Weil wenn du diesen Grundwillen nicht hast in dir und du sagst immer so schön aus einer glühenden Kerze oder was sagst du immer? Aus einem traurigen Arsch, kein fröhlicher Furz. Ja, nee, das andere mit dem Teelicht. Die Kerze unter dem Arsch bewirkt mehr als der Flammenwerfer im Gesicht. Ja, genau. Und das ist halt so, wenn halt in dir gar nichts brennt, was wirst du entzünden? Und ich denke mir, diese Ausreden, ich bin ja total, das weißt du auch, da reagiere ich ultra leergisch drauf auf Ausreden, gerade was zum Thema Erfolg und ich tue so viel und mache so viel. In meiner Welt Bullshit, weil ich weiß mal so, was ich geleistet habe, was du geleistet hast, welche Opfer wir gebracht haben. Und Unternehmertum ist einfach auch größteils viele Opfer bringen, gerade am Anfang. Viele sehen immer die schöne Seiten hier, Porsche fahren, Urlaub reisen, Business Class, was weiß ich, dies, das. Ja, aber dass du da mal hinkommst, musst du dir echt den Arsch aufreißen. Wie viele Jahre haben wir gebraucht? Um wirklich? Naja, zehn Jahre. Zehn Jahre. Also, dass uns wirklich, dass uns gut geht und wir sehr, sehr gut davon leben können, wie ich sagen, hat sieben bis sieben Jahre, dass wir wirklich gut davon leben können, sieben Jahre, fünf bis sieben Jahre und dass wir sehr gut davon leben können, so wie es heute ist, dass auch die richtigen Menschen um uns rum haben, gut aufgestellt sind, würde ich sagen, zwei Jahre. Auch da geht es um das Thema Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, wirklich daran zu arbeiten, zwei Jahre, würde ich sagen. Und jetzt die Frage an jeden Einzelnen, der gerade zuhört, würdest du sieben Jahre etwas tun, obwohl du vielleicht noch nicht das Geld verdienst, nicht ansatzweise das Geld verdienst, was du dir eigentlich vorstellst. Also, ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, die meisten Menschen, wir haben ja ganz, ganz viele Menschen, tausende von Menschen die letzten Jahre schon hier gehabt, die große Herausforderung ist immer, wenn die Menschen sagen, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Mein Motto ist immer, nee, wenn du etwas weißt, aber nicht kannst, beziehungsweise, ja, wenn du etwas weißt, aber nicht umsetzt, dann weißt du es auch nicht. Und der Punkt ist ja immer der, auch wie bei uns, wir sind einfach dran geblieben, weil es unser Baby ist, unser Lebensprojekt, weil wir gesagt haben, wir wollen das durchziehen. Und ich glaube, das fällt in der heutigen Zeit ganz vielen Menschen da draußen. Das Durchziehen, mal wirklich durchziehen. Ich glaube, es wird halt viel auf gerade sozialen Medien, klar profitieren wir auch davon, aber es wird immer diese eine Seite in der Medaille dargestellt, jetzt hier fokussieren und durchziehen, hustlen und so weiter, ja. Aber es gehört einfach mehr dazu. Vor allem, wenn ich so mal die ersten zwei Jahre betrachte, also Maik hat in Stuttgart, nee, Stuttgart-Tübingen gelebt, wie er gerade gedroppt hat. Ich habe hier gelebt. Ich hatte währenddessen zwei krasse Knie-OPs und Hüft-OPs. Spätfolgen von Wachstum, Sport, was weiß ich alles waren. Und musste das operieren und ich hätte eigentlich ein halbes Jahr mein Bein nicht belasten dürfen und hätte quasi bettlägerig sein sollen. Ja, aber ging nicht. Ich musste ja Geld verdienen. Also es war ja nicht so, dass wir uns wie heute irgendwie ein Geschäftsregehalt auszahlen konnten, weil die GmbH gut läuft. Ja, nee, wir mussten ja Geld verdienen. Also wirklich so Hand im Mund mäßig. Und ich saß halt wirklich jede Woche im Flixbus und hätte abgeknicktes Bein, der tot für mich. Habe dann teilweise zwei 9-Euro-Tickets gebucht für München, dass ich eine Reihe für mich auf meinen Fuß hochlegen kann und so weiter. Und da gab es halt schon Momente, wo du halt schon echt schon bei Ulm denkst. Also jeder, der sich ein bisschen geografisch in Deutschland auskennt, unten rechts ist München, links unten auf Deutschland gesehen ist Stuttgart und in der Mitte ist Ulm. So, da hätte ich am liebsten schon ausgestiegen und geheult. Und da waren auch viele Schmerztränen. Wirklich Schmerztränen geflossen. Dann teilweise stehst du dann mit Koffer und Krücken da und kannst eigentlich keinen Zentimeter weg. Der Busfahrer hat dir das rausgehoben. That's it. So, dann musstest du warten, bis Mike mich abgeholt hat, weil wir natürlich auch gleich, ich konnte erstens nicht Auto fahren und zweitens hatten wir gar kein Geld gehabt für zwei Autos. Also das wäre auch noch ein Thema gewesen. Und dann haben wir, wie wir gestartet sind, wir sind ja überall rumgefahren. Wir sind ja, da hatten wir das Thema Wirtschaftlichkeit vielleicht auch noch nicht so drauf. Fiat 500, musst du sagen. Erst was erst, dann hatten wir den ersten Schwarzen erwart. Auf den sind wir in einem Jahr 120.000 Kilometer draufgefahren. Aber es ist heute überlegt, wir fahren im gesamten Fuhrpark, haben wir heute noch eine Fuhrleistung in unserem gesamten Fuhrpark von 80.000 Kilometer. Und das ist schon viel. Also das ist schon viel bei uns. Aber da ist es so 120.000 Kilometer in einem Fiat Abarth. Und das ist nicht der neue Abarth, irgendwie mit fettem Navi und bequem und so. Nee, könnt ihr euch mal anschauen, der erste Abarth. Das war heftig. Kompetitionen war das. Ja, genau. 500, 500, 500 Kompetitionen. Wir waren stolz wie Bolle drauf, weil es waren Autos, wir uns irgendwie für 300 Euro im Monat leisten konnten. Der war irgendwie halbwegs cool. Ja, da sind wir halt rumgebrettert. Und die ersten Coachings abgehandelt und halt versucht, irgendwie Geld zu verdienen. Schon fast hausierenmäßig, würde ich sagen, heute. Aber es hat uns, glaube ich, viel gelehrt und weitergebracht. Was glaubst du oder was würdest du sagen, war so in den ersten zwei Jahren so ein Learning, was du mitgeben kannst, wo du sagst, hey, das hat uns geholfen, das hat uns geprägt? Puh, großes Learning war für mich auf jeden Fall, ich sag immer, wenn all die Menschen ihre Versprayung gehalten hätten, hätte ich mir acht Inseln kaufen können mittlerweile. Und einen Chat. Und einen Privatchat. Und einen Boot, dass wir hin und her fallen. Also wären wir schon ultra, noch reicher. Das war so bei mir dieses, wenn du dich auf andere verlässt, dann bist du verlassen. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart. Also es gibt bei mir auch, es gibt bei mir wenige Menschen um mich herum, wo ich sag, auf die kann ich mich wirklich zu 100% verlassen. Du weißt, du gehst sowieso dazu, das ist Fakt. Danke. Aber du kriegst nahe die 50 Euro. Kein Essen, ist sicher. Momo, wir können Essen geben. Na, Spaß beiseite. Es ist wirklich dieses, wer sich auf andere verlässt, ist verlassen. Und vor allem Learning. Ich habe mich heute noch, wie damals, immer an erfolgreichen Menschen orientiert. Immer an erfolgreichen Menschen. Und ich habe mir auch Meinungen eingeholt von Menschen, die erfolgreich sind oder schon dort sind, wo ich hin möchte. Und ich glaube, das ist auch unser großes Erfolgsrezept gewesen. Weil wir waren immer offen, wir sind heute noch offen. Auch wenn Menschen hier reinkommen, die sagen, hey, ihr seid ja total menschlich und irgendwie auf dem Boden geblieben. Und bei euch kann man voll gut schnacken und so weiter. Das ist halt dieses andere, wie, und ich nenne es keine Namen, wie Menschen da draußen, die halt ständig nur ein auf Ego machen und ich bin der Geilste und der Beste und ihr seid alles nichts. Ich glaube, das ist schon mittlerweile sehr einzigartig da draußen, weil viele Menschen einfach nicht so der sind oder das vorleben, was sie eigentlich sind. Also so, die haben sich ein Image kreiert, aber in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Charakter, der sie eigentlich sind und der sie eigentlich sein sollten, um noch erfolgreicher zu sein, machen sie nicht. Sondern sie kreieren sich halt ein künstliches Image und wir haben auch schon einige Leute über Social Media gesehen und dann haben wir sie Real kennengelernt und du weißt, wie sie sich preuß keinen Namen sagen und du denkst dir so, hä, das ist doch der nicht. Also da hast du so Aquaplaning in den Händen, aber das ist so keine wirkliche Persönlichkeit. Wir haben mal ein kleines Beispiel dazu. In Düsseldorf war das, in meinem Vortrag kam mir in einem Model, so ein Influencer, sehr bekannt, im Hyatt, der saß da in der Lobby und dann sag ich zu meinem, hey, das ist der und der, ich möchte jetzt keinen Namen sagen, das ist der und der und der war damals, der ist heute auch Markenbotschafter für einen großen Sportartikelhersteller, für einen großen Sportwagenhersteller und dann sag ich so, Mike, boah, der ist endkrass und so auf Instagram, ist der berühmt geworden mit so Streetwalk-Fotos, wie du über die Straße läufst und so Outfits und so und dann gehen wir so hin und fragen so, hey, voll geil, dürfen wir ein Foto mit dir machen, feiern das, was du machst und dann dachte ich mir so, mein Gott, du siehst gut aus, aber du bist echt ein Waschlappen, Alter, du bist wirklich ein Waschlappen. Der hat irgendwie gefühlt mehr gezittert und Angst, also irgendwie nervös und so. Ich denke so, was ist denn los mit dir? Also, hey, das, was du auf deinen Bildern verkörperst, verkörperst du so eine, was sagt dir ja, eine 10 von 10? Ja, 10 von 10, genau. Aber in Real Life bist du halt irgendwie so eine, so eine 3 von 10, was deine Persönlichkeiten angeht und nicht optisch, nur Persönlichkeiten, das passt halt dann irgendwie nicht. Aber nochmal zurück, wir haben damals gestartet mit einem Büro in Hechingen. Jeder, der Hechingen kennt oder nicht kennt, soll es mal eingeben, im Nasswasen 10 war unsere erste Adresse. Neubau damals, war wild und wir hatten das erste Büro, das hat, glaube ich, um die 300 Euro im Monat gekostet. Das war für uns ein Schritt, wo wir echt lange überlegt haben, ob wir das Büro nehmen sollen und hatten kein Geld für die Aufstattung. Dann hat Mike gesagt, Maxi, was können wir ausgeben? Dann hatten wir genau 800 Euro, sind zu Ikea gefahren, müssen wir mal das Bild raussuchen, vielleicht finden wir es noch. Und damals, dann kommen wir das Bild mal in die Story dann rein. Geil. Auf jeden Fall sind wir zu Ikea gefahren damals, das weiß ich noch. Mit dem Auto von meinem Opa, als ich wieder Auto fahren konnte, habe ich mir mal den alten Opel von meinem Opa geliehen, Kombi, danke Opa. Ich weiß, du wirst es nicht hören, aber trotzdem danke. Auch ein sehr wichtiger Mensch für mich, was das Thema Durchhalten anging. Und der hat immer mich geglaubt und dann hat er mir sein Auto gegeben. Teilweise war das Auto kaputt, also wirklich, ich musste auf der Raststätte das Auto irgendwie flicken, dass ich irgendwie weiterfahren konnte. Ja, nichtsdestotrotz haben wir dieses Auto vollgeladen, wir hatten mit 700 Euro rausgegangen, hatten noch 100 Euro Puffer. Das war ganz gut und haben da Ikea-Schreibtische und alles reingestellt, um einfach irgendwie zu starten. Das waren ein paar Schreibtische, diese klassischen Kallax-Regale heißen die, glaube ich, in weiß und haben halt losgelegt, dieses Min-Max-Prinzip. Ich glaube, das ist schon immer eine große Kunst, so à la MacGyver-mäßig, dass wir aus minimalem Aufwand einen maximalen Ertrag entwickeln konnten. Also wir haben immer versucht, das Beste daraus zu machen, das Beste aus der Situation. Und ich glaube, das Wichtigste auch hier, gegenseitig nie untergekriegt, sondern halt immer dieses, nicht irgendwie Ego-Kampf hier und da, sondern wirklich immer dieses, hey, zusammen können wir das schaffen, zusammen können wir das erreichen. Wir hatten immer gemeinsam große, also wir haben heute noch große Träume, große Ziele. Und ich glaube, wenn du zu zweit bist und gemeinsam, also wirklich auch Hand in Hand gehst, bildlich gesehen, kannst du einfach auch viel mehr erreichen. Und ich glaube, du brauchst einfach dieses Umfeld um dich herum schaffen. Also deswegen auch die Direktkontakte, also halt auch, sieht man auch in unserem Logo. Es ist halt wirklich dieses Umfeld, diese Gemeinschaft, diese Community und dadurch schaffst du halt einfach viel mehr. Wie zwei Arschbacken, oder? Das sagst du immer. Wir halten immer zusammen. Wie zwei Arschbacken. Mein Opa hat immer gesagt, wie zwei Arschbacken. Und bei jedem Piep gehen wir auseinander. Aber es war ja, also wir waren ja eigentlich gar nicht so lange in dem Büro. Dann haben wir damals ein paar Leute aufgehört, wir haben uns von ein paar Leuten getrennt, bewusst. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir ziehen um. Dann haben wir zwei Jungs kennengelernt im Versicherungsbereich, die waren dann in... Heigerloch. Halte euch fest, die Weltstadt Heigerloch. Heigerloch. Wer kennt's? Könnt mal gerne drunter kommentieren. Ist noch abgelegener als... Also da sagst du, Fuchs und Haas, Gute Nacht. Also wir hatten keinen Telefonempfang im Büro. Philipp musste, Philipp ist dann zu der Zeit damals zu uns gekommen. Als Partner, als selbstständiger Partner von DDK. Und der musste immer draußen telefonieren, weil er uns dann oft auch im Büro besucht. Und dann musste er immer draußen telefonieren, weil wir keinen Empfang hatten. Und das zweite Büro war dann ein Ticken größer. Ich glaube, 28 Quadratmeter. Ja, das war auch riesig. Wir haben das Equipment mitgenommen, was ja logisch ist. Wir konnten uns jetzt nicht wirklich leisten, neues Equipment dadurch wieder oder neue Ausstattung zu kaufen. Und da haben wir dann weitergemacht. Und da waren wir fast, glaube ich, zwei Jahre in dem Büro. Da war ich dann auch öfter da, weil ich dann auch ein Auto hatte und konnte dann öfter herkommen. Aber das waren schon Erfahrungen, wenn du mal so lange auf engstem Raum bist und auch viel auf Hoffnung. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wir haben wirklich viel gehofft, dass es in die richtige Richtung geht. Dass es funktioniert. Also wir hatten beide, also schön, was du gerade gesagt hast, Bro. Das Krasse ist, wir hatten immer den Glauben an uns selbst, dass es vorangeht. Und wir haben, du weißt, wie oft das Konto richtig kalt war. Also richtig kalt, meine ich mit, für alle, die es nicht wissen, wir standen auch zweimal vorm Exitus. Also vor zweimal, jetzt geht gar nichts mehr weiter. Kommen wir vielleicht auch noch nachher oder beim nächsten Mal dazu. Und wir haben einfach gesagt, hey, scheiß drauf, einfach machen. Es gibt nur einen Weg, der ist nach vorne. Punkt, Punkt. Punkt, und das ist auch heute noch unsere Stärke. Und deswegen verstehe ich wirklich, und da werde ich manchmal so ein bisschen aggressiv, wirklich, also nicht als Wutbürger, oder dass ich jetzt komplett hier ausraste. Aber ich finde das, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn Menschen so, machen so ein, zwei Anläufe, dann hören sie auf. Und dann machen sie nichts mehr. Dann wollen sie dir irgendwas erzählen und sagen, ja, ich habe es probiert und so weiter. Ich sage, schau mal, es gibt ganz schwanger, okay, oder gar nicht schwanger. Aber es gibt nicht halb schwanger. Also, wenn du eine Entscheidung triffst, dann treff doch mal eine Entscheidung, zieh das einfach mal durch und sag, sorry, muss man es raus, Katz raus, f*** auf, ich mache es jetzt einfach. Und das ist ja diese große Herausforderung in der heutigen Zeit. Die Menschen wollen immer diese kurzfristige Belohnung, das kurzfristige Dopamin, aber sind nicht mal bereit, so wirklich mal die Extrameile zu gehen. Das ist das, was mich tierisch auch sehr oft stört bei manchen Menschen, wenn sie anfangen, ja, ich habe es probiert. Nee, du hast es nicht probiert. Du hast es nicht mal in deinem Horizont drin gehabt, dass du es überhaupt durchziehen willst. Du hast, ja, du hast mal einen Versuch gestartet, das ist nett, aber du hast es nicht gemacht. Und das ist das, was uns auch von vielen anderen unterscheidet. Es gibt einen Film, den zitiere auch Julian öfter, Wolf of Wall Street, der Vertriebsfilm, glaube ich, schon fast. Diese eine Szene, dieses... Bei uns ist es übrigens auch so. Ach, du hast zu wenig Geld, fang an zu wählen, nimm den Hörer, fang an zu wählen. Und ich glaube, Vertrieb ist doch die, mit die einzigen, na, weiß ich nicht, ob es die einzige ist, eine der wenigen Branchen, wo du sofort umsetzen kannst und auch wieder Geld verdienen kannst. Und das ist doch das Schöne an sich, du kannst Geld verdienen, aber wir verstehen es nicht. Wir geben Leuten Dinge an die Hand, noch heute noch. Ja, hier, Problem, da, dies, das. Geh doch raus, da laufen jeden Tag in deiner Fußgängerzone mehr als 10.000 Menschen vorbei. Es kann ja nicht sein, dass da keiner offen ist. Also, das kann ja nicht sein. Das Geld liegt auf der Straße und ich wollte noch kurz anknüpfen, ne, weil wir gerade hatten, Wolf of Wall Street, bei uns ist es genauso, nur ohne Koks und ohne Nutten, ja. Aber wir geben genauso Gas und sind genauso verrückt und ich sage immer, den Verrückten gehört die Welt oder den Mutigen gehört die Welt. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist das, was denn wirklich, was ganz vielen da draußen fehlt. Die fangen an und die haben dann vor allem kein Glauben an sich. Unabhängig vom Produkt oder was sie da für eine Dienstleistung vermagten. Die haben kein Glauben an sich und dadurch, wenn du kein Glauben hast, das spürt ja dein Gegenüber. Dein Gegenüber spürt sofort, bist du von dir überzeugt, bist du von dem, was du tust, ist es integer. Also passt es auch wirklich zu dir oder bist du einfach nur ein Dampfplauderer, wie wir bei uns hier in Bayern sind. Ich glaube, das ist so dieser triviale Unterschied, weißt du? Nochmal zurück auf unsere Zeitachse zu kommen. DDK, das gab ja lange dich. Dann haben wir ab dem 10.10.2015 damals unseren Brand gelauncht, die Direktkontakt haben. Mordsaufgeregt waren wir. Das war unser erstes, das ist unser erster großer Launch, den wir gemacht haben. Gut, gab auch davor noch nie einen. Aber wir haben DDK gelauncht. Aber waren wir firmentechnisch gleich so aufgestellt? Oder glaubst du, das war, wir sind einfach blind rumgetappt so ein bisschen? Also ich gebe dir die Frage gleich zurück, weil da bist du bei uns der Spezialist, was diese ganzen Aufbauten gehen von Firmenkonstrukten und so weiter. Allerdings, ich würde behaupten, nein. Also damals noch nicht, auf gar keinen Fall. Nein, das war damals nicht ansatzweise. Wir hatten eine Gewerbeanmeldung damals. Wir hatten eine Gewerbeanmeldung und haben gedacht, okay, es geht schon irgendwie und das kriegt man irgendwie hin. Aber wir haben es einfach gemacht. Ja, hatten wir einen Steuerberater damals, die haben uns gesagt, okay, ihr seid jetzt ein GbR. Genau. Seid ihr keine Einzelselbstständige. Also auch wichtig, wenn zwei Leute dasselbe Rechtsgeschäft machen, durften wir damals lernen. Zwei Einzelselbstständige wird schon fast eine GbR. In dem Fall war es bei uns so. Dann haben wir zum 01.01.2016 unsere GbR damals gegründet. Das war dann so die erste gemeinsame Firma. Hat natürlich aber auch hier wieder viel gemacht bei uns. Weil wir auf einmal, war es nicht mehr so, ja, hier ist selbstständig, hier ist selbstständig, da, dies. Nee, es war auf einmal, okay, jetzt sind wir wirklich eine Firma. Fuck, okay, jetzt müssen wir abliefern. Also auch hier wieder haben wir uns selber immer positiven Druck gemacht. Also wir haben uns nie ausgeruht irgendwie, sondern hatten auch immer das Gefühl, okay, wir haben zu wenig, wir müssen mehr machen, wir müssen mehr tun. Aber auch trotzdem Niederschläge. Das ist, glaube ich, wichtig, dann nicht zu lange in dieser Emotion bleiben und sich sagen, okay, jetzt, oh, Niederschlag, ich bin deprimiert und so. Man kann auch mal deprimiert sein, da kommen wir nachher noch dazu, aber es ist wichtig, weiterzumachen. Und ich glaube, ich kann mich an einen Moment gut erinnern, das war dann 2018, 17, 18, also es wurde dahin geplätschert und 2018 gab es noch eine Breitzeit irgendwie bei uns. Und das war kurz bevor wir damals nach Amerika geflogen sind, wurden damals eingeladen von dem Unternehmer, dass wir da eventuell was machen. Also wir hatten so, ja, klar, immer geträumt, Expansionsgedanke. Und dann hatten wir aber dieses, kurz vor Amerika, sag ich so, Mike, boah, wir können es uns eigentlich nicht leisten, gell, wir können es uns nicht leisten. Dann haben wir uns privat und geschäftlich so in den letzten Euro zusammengekratzt und sind dann nach Amerika geflogen und haben gesagt, und ich wollte eigentlich schon einen gefühlt einen Tag davor absagen, dass du damals zu mir gesagt hast, nee, komm, wir fliegen jetzt, das ist eh schon alles gezahlt. Und es war dein Traum, schon immer nach Amerika mal. Es war schon immer mein Traum und so weiter. Mein Papa hat immer ein Bild von der Golden Gate Bridge in seinem Büro hängen. Auch Papa, wenn du es hörst, ich habe es noch im Kopf. Und dann war es immer mein Traum, da mal hinzukommen auch. Ja, und dann war das Erste, wir sind aus dem Flughafen raus und sind halt da hingefahren und haben halt ein echt Rennen in den Augen, wirklich Pipi. Und haben dann zwei Wochen auch gefühlt mal so ein bisschen früher mal beiseite gelassen. Reflektiert viel? Reflektiert, viel gesprochen, auch mit den Unternehmern dann drüben viel gesprochen, die uns dann auch echt positive Vibes gegeben haben. Ich weiß, du wirst es nicht hören, Hoche, aber Grüße raus an dich, ich glaube, du verstehst es nicht auf Deutsch. Und sehr erfolgreicher Unternehmer in Amerika im Bereich Beauty, Friseursalons und so weiter in San Francisco. Umgebung und hier ist es so, das Verrückte war, wir sind zurückgekommen und auf einmal hatten wir, glaube ich, beide einen anderen Vibe und wir hatten auch beide eine andere Idee. Also auch hier mal wichtig, wenn ihr eine Krise habt oder kurz vor einer Krise steht, geht mal raus. Also es muss nicht gleich nach Amerika sein, bei uns war es halt dann in dem Moment der Zufall, aber geht mal wirklich raus. Du brauchst vielleicht auch zwei, drei Tage und man kann auch kostengünstig Urlaub machen oder eine Auszeit nehmen. Mach das. Es bringt dich auf andere Gedanken. Weil das Schlimmste ist, in dieser Emotion, dem Problem zu bleiben und dich da drin schon fast festzufahren, weil dann kommst du auf keinen klaren Gedanken. Es ist eine riesige Stärke, vor allem, was wir beide erkannt haben. Ich glaube, das war für uns so ein Game Changer, weil wir haben in dem Moment erkannt, es ist extrem wichtig, auch mal seine Umgebung zu verlassen. Und Thema Face Reading und Co., was wir auch ein bisschen können, behaupte ich jetzt mal, werden wir auch nochmal im nächsten Podcast drauf eingehen. Also Face Reading, Gesichtslesen, da ist es schlussendlich so, dass gewisse Menschentypen sind einfach dazu prädestiniert, wenn sie ihre Umgebung wechseln, wenn sie draußen unterwegs sind, wenn sie eine neue Umgebung kennenlernen, wenn sie neue Menschen kennenlernen, kommen sie wieder auf neue Ansätze. Und das ist so wichtig und das war für uns ein absoluter Game Changer. Ich spreche wirklich aus Erfahrung, weil ich auch immer so hatte, hey, morgens zur Arbeit gehen, auch wenn du selbstständig bist oder später Unternehmer wirst und so weiter. Aber es ist extrem wichtig, immer wieder seine Umgebung zu wechseln. Dadurch kommst du auf kreative Ideen, auch wieder Dinge selbst, dich stark zu hinterfragen. Und ich glaube, das machen viele Menschen viel zu wenig. Und deshalb sind sie wie in so einer Bubble immer drin. Wenn du ständig in dieser Bubble gefangen bist, dann, du denkst wohl, du musst jetzt noch mehr Gas geben, aber das Gas, das geht in eine komplett andere Richtung. Und viele Menschen gehen ja im Vertrieb, und du siehst es ja selber tagtäglich auch bei unseren, oder bei vielen Kunden, oder auch bei unseren Kunden, die geben Gas, was wichtig ist, aber Gas zu geben, aber nachher in Mailand anzukommen, obwohl du nach Paris möchtest, ist halt auch wieder so widersprüchlich, so eine Doppelmoral. Also das ist schon auch gezielt, ja. Mal, mal ein kleiner Side-Fact, Mike. Jetzt droppen wir immer wieder so Fragen, wir wollen ja, also wir kennen uns ja, glaube ich, mit dem Besten. Bisschen, ja. Aber dass die Menschen oder unsere Zuhörer und Zuschauer uns auch wirklich kennenlernen. Was würdest du sagen, hast du heute für, wie viele Calls hast du gemacht bis dato, bis heute, wenn du es wirklich in der Summe nennen musst, und wie viele Ansprachen hast du gemacht? Also wirklich auf der Straße, live Leute ansprechen, falls ihr noch nicht wusste, dass die, die ihre Kontakte haben, sprechen live Menschen an. Bisschen. Bisschen. Öfter mal, wir geben uns Mühe, schaffen es, glaube ich, ganz erfolgreich. Aber was würdest du sagen, wenn du mal so eine Zahl rausdropst? Wir haben es auch auf unserer Website, so eine circa Zahl, aber nur mal du alleine, also nicht im Team, nur du alleine. Also ich glaube, Ansprachen waren es bestimmt um die 15.000 bis 20.000 Ansprachen die letzten Jahre. Wie viele Nummern, Kontakte hast du da rausgezogen? Du hast letztes Mal in deinem Handy nachgeschaut. Ich habe 8.500 Nummern mittlerweile drin. 8.500, 9.000 Nummern. All live auf der Straße, also falls ihr wieder auch sagt, in 15 Jahren kann man keine Kontakte sammeln, 8.500 Nummern. Das heißt nicht, dass jeder Kunde geworden ist oder so, weil viel rekrutieren wir für unsere Kunden, also auch hier wieder. Sondern Mike braucht ja die meisten gar nicht. Die guten behalten wir. Ja, genau. Die guten nehmen wir, die schlechten dürfen die anderen haben. So sagt man es immer. Ja, aber Telefonate, ich kann jetzt schlecht in Worte fassen, weil es so. Ja, in Zahlen fassen, weil es so viele Tausende von Anrufen waren. Musst du ja überlegen, allein die ganzen Cold Calls oder wenn wir hergehen und sagen, Elites anrufen, Empfehlungen anrufen. Also würdest du auch sagen, nochmal über 15.000? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich sind es um die 30.000, 50.000 Ansprachen bis zum Erfolg, oder? Wahrscheinlich, ja. Sehr spannend. Also ich finde es wirklich spannend. Das passt auch zu dem Thema, was mein nächstes Topic ist, bereit sein. Und den Preis zu bezahlen. Dass wir so ein bisschen in dieser Timeline bleiben. Wir haben ja 2018 ungefähr, sind wir jetzt, ja, gab es den Niederschlag. Und wir waren aber immer bereit, den Preis zu bezahlen für alles. Und dann haben wir uns wieder gerafft. Haben uns sehr gut gerafft und haben das ja auch dann, würde ich sagen, okay, abgeschlossen. Ja. Also wir haben nie Verluste gemacht, sondern sind immer auch mit dem Plus raus. Aber das ist natürlich immer ein Eigenanspruch. Auch für manche ist es schon cool, wenn sie 10.000 Euro Gewinn machen. Für uns eben nicht. Aber das ist, wie gesagt, der Eigenanspruch. Und der GbR ist ja noch dazu, am Ende der Gewinn wird dann geteilt durch die Gesellschaft. In dem Fall zu zweit. Wenn natürlich nur 3.000 Euro drin sein, dann hast du quasi eigentlich faktisch nur 1.500 Euro verdient. Also kannst du es dir runterrechnen, was du ja brauchst. Abzüglich steuern. Und Preis bezahlen. Dann hatten wir zwischenzeitlich 2018 gar kein Office mehr. Das haben wir dann gekündigt. 2018, 2019 glaube ich, in dem Übergang. Und damals waren unsere selbstständigen Partner, haben in der WG in Stuttgart gewohnt. Auch hier wieder bist du ja jeden Tag von, wo du gewohnt hast, nach Stuttgart. Einfach ungefähr. Das waren das Kilometer. 72 Kilometer. Also da, wo ich gewohnt habe. Einfach One-Way nach Stuttgart gefahren. Also auch hier wieder jeden Tag, wenn Mike einfach Vertrieb machen wollte, Bock hatte, Leute zu treffen. Und ich bin auch zweimal die Woche noch dazugekommen. Und dann haben wir ja parallel. Wir haben uns jeden Tag, bestimmt viermal, vier, fünfmal, zusammengerufen, WhatsApp und so weiter. Und auch hier wieder der Punkt, was bist du bereit dafür zu tun? Bist du bereit, deine Grenzen zu verschieben? Bist du bereit, die Extrameile zu gehen? Bist du wirklich bereit, über dich hinauszuwachsen? Und nur, es ist so. Und ich sage es halt immer wieder. Und ich glaube, deswegen sind wir auch so entspannt bei vielen Sachen, wo du selber, also bei manchen Dingen, und ich sehe es ja immer, was Maxi so auf den Schreibtisch bekommt, würde wahrscheinlich jeder andere da draußen nicht ansatzweise Rückgrat haben, würde zusammenbrechen, würde sagen, ich breche alles sofort ab, weil das ist viel zu heftig. Und Maxi sagt, du, das ist doch easy, das lösen wir kurz. Das ist wieder das Thema, wie stark bist du im Kopf? Und wenn du stark im Kopf bist, wenn du stark mit Rückschlägen gelernt hast, mal umzugehen, dann kannst du das auch viel besser händen. Und das ist genau die Herausforderung, die, da gab es so einen schönen Spruch mal, starke oder schwierige Zeiten stärken, formen starke Männer, genau. Und mittlerweile sehe ich eher so eine Gesellschaft, das ist nur meine Meinung, dass viele einfach eher so, ah nee, ist mir zu schwer, nee, höre ich wieder auf, fange ich wieder was Neues an. Die sind nicht bereit, einfach mal ein Ding komplett durchzuziehen. Und das siehst du auch bei allen Erfolgreichen, die wirklich erfolgreich sind. Und das muss nicht immer nur monetär sein, sondern auch in anderen Bereichen. Die waren einfach bereit, einfach mal in diesen schwierigen Zeiten noch mehr aufs Gas zu drücken. Und dann sind halt nachher schwierige Zeiten für dich förmlich, was da draußen immer so gepredigt wird, sind es einfache Zeiten. Haben auch bei Corona auch noch kurz, bei Corinna, während der Zeit, wo wir hatten, Anfang 2020, wir haben einfach kurz umgeswitcht und haben in dem Moment einfach festgestellt, okay, es ist gar nicht schwer. Bevor wir dazu gehen, ich glaube 2019 war ein sehr prägendes Jahr für uns. Wir haben irgendwann festgestellt dann, im Wechsel zu 2019, okay, hey, wir müssen irgendwas tun. Wir limitieren uns ja, indem wir Live-Coachings auch anbieten, sind wir aber trotzdem einen gewissen Limit gebunden. Das heißt, wir haben uns auch umgestellt, auch, dass wir besser noch mehr Kunden auch bedienen können. Aber trotzdem hatten wir immer ein Limit. Dann kam irgendwann uns die Idee, pass auf, hey, wir müssen was machen. Damals hatten wir die zu unserer Online-Akademie, Golden University. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Aber hier auch wieder das Thema, diese Vorstellungskraft. Und was können wir neu machen, neu machen. Also hier auch immer wichtig, wenn ihr denkt, im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit, jetzt läuft es mal und jetzt ist alles cool, schmeiß diesen Glaubenssatz weg. Du musst dich neu erfinden. Der Markt ist so schnell, sehr schnelllebig, egal in welchem Bereich. Und wenn du nicht besser bist als ein anderer, dann würde er dir das Geschäft wegschnappen. Also auch hier wieder zu denken, du musst dich auch wieder neu erfinden. Natürlich, never change a running system, bewährte Systeme vielleicht nur optimieren. Aber mach, erfinde dich neu. Ob du es dann launchst oder nicht, ist egal. Aber allein nur hier dein Gehirn anzustrengen, neue Sachen zu erfinden, ist so elementar wichtig. Vor allem im Unternehmertum. Auch hier, dann haben wir die Golden University gedroppt. Also wenn ich mir damals das Equipment anschaue, wie wir das gemacht haben und getan haben, oh Gott, ich schlage die Hände über den Kopf zusammen. Unser Videograf lacht gerade im Hintergrund. Können wir vielleicht auch nochmal hier noch ein Bild reindroppen, wie wir den Launch gemacht haben. Weil wir das mit Technik nicht so drauf hatten. Damals haben wir mit acht verschiedenen Händen versucht, in diesem Regal festzumachen, dass wir auf sämtlichen Kanälen das irgendwie droppen können. Und es war ein Erfolg. Wir hatten von Start weg direkt dreistellige Mitgliederzahlen, konnten das Ding nach oben schrauben und haben halt auch hier für uns wirklich einen Meilenstein geschaffen. Aber dann lief das und dann hatten wir die nächste Herausforderung. Ja, wir sind ja alle irgendwie verstreut und hier und da. Und auch unsere Partner haben gesagt, boah, lass uns doch irgendwie dein Office. Ist alles geil, ist alles cool. Ja, dann mussten wir umswitchen. Und dann haben wir einfach mal radikal gesagt, vor allem Mike auch, was ihn heute... Stuttgart oder München, es gab null. Genau, es gab dann zwei Stuttgart oder München. Entweder ich, alle nach Stuttgart oder alle nach München. Dann haben wir so rumgefragt, wir haben was liest. Dann haben wir halt gesagt, okay, pass auf, wir kommen hier nach München. Strategisch ist es auch ein sehr guter Platz. Geografisch gesehen, Österreich, nee, wir haben viel Grund in Österreich. Flughafenpaar ist, Stadt ist schön. Ich glaube, man lebt hier sehr, sehr gut bei uns. Wir sehen hier aktuell die Berge, wenn wir jetzt rausschauen. Und da haben wir dann gesagt, okay, pass auf, wir ziehen her. Oder du ziehst hier her. Und ich habe immer gesagt, ich bin ein Mann oder ein Mensch von schneller Umsetzung und ich liebe das und ich liebe auch Dinge schnell zu kreieren und zu erschaffen. Ich sage, Mike, zieh dir her, pass auf, wir suchen dir eine Wohnung. Wir haben direkt eine Wohnung hier gefunden, haben die Wohnung schön ausgestattet und dann haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir ein Office. Damals hat sich unser Budget schon erhöht. Jetzt hatten wir sagen, ich schreibe 10.000 Euro für ein 200 Quadratmeter Büro. Das ist unser erstes Büro, ist hier Luftlinie 50 Meter weg. Ja, er hat auch 50, 100 Meter. 200 Quadratmeter. Und dann haben wir gesagt, okay, 10.000 Euro, hier können wir auch starten. 10.000 Euro, da kann man schon ein bisschen mehr anfangen im Büro. Klar, man braucht eine Küche, das kostet schon ein bisschen Geld. Braucht Schreibtische, Stühle, was weiß ich, von Tasse. Du schattest ja quasi fast deinen kompletten Haushalt aus. Haben wir geschafft. Wir haben alles geschafft. Wir haben halt ein geiles Office. Und haben da eigentlich unsere ersten Fußstapfen dann eigentlich so richtig im Unternehmertum gestartet. Weil das ist schon nochmal ein anderer Schritt, Homeoffice, D-Stars. Jeder, der im Büro weiß, das ist noch mehr Verantwortung. Und dann habe ich uns damals, das war das Teuerste, ich glaube für 4.000 Euro, das Eingangsschild. Das hängt heute im Meetingraum bei uns. Viele kennen das, das Moosbild. Gefühlt haben wir da einen Trend gesetzt. Haben ganz viele Leute sich abgeschaut. Also hier sehr gerne, wir sind auch dafür sehr gerne Trendsetter. Auch heute übrigens fragen uns Menschen, ob wir ein Büro erstatten können. Also das ist auch so ein Nebenzweig noch von mir oder von uns, dass wir Bürokonzepte mitverkaufen. Also halt Hobby, Hobby zum Beruf gemacht. Aber sprechen wir auch mal in einem anderen Podcast noch. Dann haben wir unser Büro ausgestattet. Was würdest du sagen, hat dieses Büro und es hat damals, lass mich schnell nachüberlegen, ich glaube 3.000 Euro im Monat gekostet, kann das sein? 3.000, glaube ich. Ja, und es war von 300 Euro Coworking Bürogebühr in München oder 500 zu 3.000. Das ist ein Riesenunterschied. Zwei Jahre Mietvertrag, also Mietbindung. Und da haben wir uns gedacht so, boah, jetzt müssen wir auch richtig Gas geben. Was würdest du sagen, hat es bei dir auch im Kopf gemacht, das Büro? Nächster Sprung nach oben, weil es war auch so ein krasser Shift. Weil in dem Moment hast du einfach festgestellt, okay, du bist ja auch wieder unabhängig von den Fixkosten jeden Monat und ich glaube, wir können gut unter Druck arbeiten. Haben wir gewusst, ein bisschen, jetzt geht es wieder in die nächste Stufe über, jetzt stellt das Leben wieder in den nächsten Gang, jetzt müssen wir was anderes machen. Und somit war für mich zumindest auch klar, erstens, wir haben jetzt eine Base, eine richtige Base, wo wir uns austoben können. Wir können hier wachsen, wir können hier Kunden einladen, wir können hier coole Events fahren. Das ist ein tolles Aushängeschild. Und ich wollte halt, und das war auch schon immer mein Traum, dann war der, der Traum war wirklich zum Greifen nah, sage ich immer so schön, der Traum war zum Greifen nah, weil ich wusste in dem Moment, wenn wir das packen und wenn das gut wird, dann ist, dann ist noch so viel mehr möglich. Das war für mich schon ein krasser Shift im Kopf. Verstehung. Wie ging es dir? Ja, für mich war es schon so ein bisschen ein Traum, Traum zu realisieren, auch das dann zu machen und auch dieses Gefühl für mich war immer nur, DDDK in Stuttgart und immer zu dir gependelt, es war cool, aber ich bin halt über die Grenze Bayern gefahren und dann war ich halt quasi zu Hause in meiner Bubble, in meiner 45 Quadratmeter apartment, meine kleine Kommandozentrale damals. Und dann war es echt hart, so dieses, es war schon immer ein Traum von mir und ich habe eine Fähigkeit, ein oder ein kennt das vielleicht, luzides Träumen, kann mir Dinge sehr krass vorstellen, weiß, die werden dann irgendeine Möglichkeit. Und dann in dieses Büro reinzugehen und zu wissen, okay, fuck, Alter, das ist jetzt mein Büro hier, du bist hergezogen, hat für mich, was Thema Verantwortung geht, nochmal einen Sprung gemacht, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich viel mehr Verantwortung. Vorher warst du halt da zu Hause in deiner Bubble, in deinem Kreis, ich war hier, die Firma war da und es war alles schon cool, aber es hat einen Riesenswitch gemacht in meinem Kopf. Und ich hatte auch auf einmal viel mehr dieses, ja, jetzt hier wirklich selbstständige Unternehmer, Verantwortung, das war krass. Wir haben ja kurz darauf ja auch unsere erste Mitarbeiterin angeholt, die Sandra, die auch heute noch unsere Mitarbeiterin ist. und dann hast du auf einmal echt so und denkst, boah, jetzt habe ich eine Mitarbeiterin und jetzt haben wir hier das, das. Und das war dann schon so, okay, auch ein bisschen Aquablaning, Angst, aber nie Angst davor, nichts schaffen zu können, sondern immer eher so diese Angst, werde ich dieser Rolle überhaupt gerecht? Und ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, was von uns beiden eine Stärke ist, ist, glaube ich, dieses gegenseitige, offene Kommunizieren und auch diese Unterstützung zu geben. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger nächster Punkt, diese gegenseitige Unterstützung. Was würdest du sagen, macht gerade unsere Freundschaft und auch hier, wir sind nicht nur Geschäftspartner, wir sind beste Freunde, wir teilen eigentlich unser Leben gefühlt. Unsere Mädels sagen immer, wir sind schlimmer als zwei ziamesische Zwillinge. Wir teilen gefühlt alles. Wir nennen uns auch die kleinsten gemeinsamen Teiler, glaube ich. Wir können da sehr offen selbst über uns lachen, also das ist auch sehr witzig. Und wir sind auch sehr dankbar für die Freundschaft. Aber was würdest du sagen, ist ein Riesenbenefit unserer Freundschaft und was hat das für uns zum Erfolg auch wirklich geholfen? Wir waren immer offen. Wir sind heute noch offen. Wir sind vor allem auch kritikfähig. Weißt du, was die größte Herausforderung ist, was mir gerade wieder auffällt? Mike, ein bisschen Mikrofon. Das ist echt krass. Was mir extrem stark auffällt, ist, dass die meisten, wenn sie ein Geschäft anfangen, oft nicht kritikfähig sind. Die sagen wohl, sei ehrlich zu mir, sag, wenn was nicht passt, mir ist es extrem wichtig. Und dann kommt die erste Kritik und dann heißt es, nee, ist so nett. Und wenn dann das erste Geld fließt, dann gehen die meisten sowieso auseinander. Das ist mir so brutalst aufgefallen. Ich habe viele Leute oder du weißt auch, drei Parteien, die mittlerweile nichts mehr miteinander machen, weil es einfach im Streit auseinandergegangen ist, was extrem schade ist. Weil wir haben gelernt zu kommunizieren. Wir können kommunizieren. Wir können auch den Raum dafür halten. glaube ich, das ist auch eine riesige Stärke bei uns. Auch wenn Menschen auf uns zugehen, die sagen, hey, ist so krass, man merkt richtig, wenn man mit euch spricht, ihr nehmt die Dinge an. Einfach mal annehmen. Man muss ja nicht hundertprozentig sagen, nee, das sehe ich jetzt genauso, sondern einfach mal sagen, krass, habe ich gar nicht so gesehen. Danke für den Impuls. Ich werde es mal für mich hinterfragen. Das ist, glaube ich, um es für mich zumindest so runterzubrechen, ist ein extrem wichtiger Punkt. Wir können offen kommunizieren, ohne beleidigt zu sein. Wir können danach trotzdem sagen, wie heute Abend, wir gehen heute Abend ins Stadion. Ich freue mich übrigens mega drauf. Das ist auch so ein Thema Traum erfüllen, aber da kommen wir noch mal an. Genau, ja, okay. Aber das sind so Punkte, das ist, glaube ich, ein riesiger Benefit, was die meisten da draußen sich wünschen würden. Und sobald das große Geld fließt, kommt der große Streit. Also dieses, wir können uns bedingungslos vertrauen, wir sind füreinander da, wir leben das, was wir tun. Wir leben für unser Geschäft, um von unserem Geschäft leben zu können. Absolut. Ja, und wir bauen halt unsere Base drumherum. Du musst, ich glaube, wenn du heute eine Entscheidung triffst, dann musst du auch voll und ganz dahinterstehen. Wie du schon sagst, halb schwanger oder nicht schwanger. Äh, nee, schwanger oder nicht schwanger. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich mache eine Firma vor oder hinter, aber ich mache nur 20 Stunden die Woche und den Rest kenne ich es nicht. Das ist deine Idee näher. Kann ich schon sagen, geht halt nicht lang gut. Wir haben uns auch beide das hier tätowieren lassen, also man sieht es jetzt nicht, aber wir sind beide voll tätowiert und haben das auf dem Oberarm beide. Das war unser zweites gemeinsames Tattoo. Das erste war in Las Vegas. Schnapsidee. Es war kein Absturz oder kein Hangover oder sonst irgendwas. Es war wirklich... Offizielle Story. Es war geplant seriös. Und das zweite war dann halt eben die LK, nicht labern machen. Auch wie auch heute der Podcast heißt, ist auch unser Brand. Nicht labern machen. Und das ist halt so, das hat uns schon immer gemacht. Wir haben halt immer lieber gemacht, anstatt geredet. Aber wir haben halt auch die schwierigsten Dinge im Vertrieb zu unserem Hobby gemacht. Kalt Leute anrufen, telefonieren, Firmen, Menschen auf der Straße ansprechen, Einwände, was weiß ich, alles immer live vormachen. Und die meisten sind halt einfach irgendwie so Laberer. Theorie, schöne Bühne, tolle Deko, viele Leute rein, bla bla. Aber am Ende kommen die Leute raus und können nichts. Können danach auch nichts. Und wir nehmen die Leute an die Hand und die können halt was. Und es geht mal in die Hand, weil wir haben die, das vor allem, zu unseren größten Stärken gemacht. Halt auch immer in gegenseitiger Unterstützung. Du hast dich unterstützt, ich habe mich. Aber da nochmal anzuknüpfen, was ich glaube ich bei uns wirklich das Beste ist, gemeinsam sind wir 100 Prozent. Und nehmen uns halt nicht Zweck. Und die meisten haben, oder viele haben immer so Ego-Probleme. Das sieht man ja auch bei vielen in den Online-Auftritten. Aber wir nehmen uns das Thema halt nicht weg, sondern wir unterstützen uns halt gegenseitig. Und das, was du kannst, bewundere ich, das kann ich nicht. Und ich glaube umgekehrt genauso. Und es ist was sehr, sehr Schönes, wenn man auch seine Schwächen kennt. Nicht immer sagen, ja, ich kann alles, ich bin der Beste und ich bin der Tollste. Ja, nein. Du kannst nicht alles. Glaub mir, du kannst nicht alles. Definitiv nicht. Vielleicht hier noch kurz einen schönen Satz. Es gibt zwei unterschiedliche Charaktere, aber eine Einheit. Ich glaube, das unterstreicht es bei uns richtig schön. Ja, voll. Wir sind ja auch komplett unterschiedlich. Ja, wir sind auch vom Typus komplett unterschiedlich. Und ich glaube, das macht auch bei uns dieses Besondere aus, wenn Menschen auf uns treffen, die sagen, hey, Maxi ist eher so der ruhigere, zurückhaltendere, obwohl Maxi auch, wenn man ihn näher kennt, total offen ist und so weiter und so fort. Aber er ist so der Beobachter, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und gesundes Skepsis ist immer wichtig, weil wenn ihr nur so einen Trommler habt, der vorne Vollgas und hier und tralala, das ist gut. Also ich bin jetzt auch, ich glaube, ich bin jetzt auch kein Vollfreak vorne, sondern ich bin sehr bedacht bei vielen Sachen. Nicht mehr. Genau, nicht mehr. War ich früher extrem stark. Aber ich habe einfach in einer gewissen Weise einfach eine Stärke, nämlich auch dieses Thema schnell Umsatz ranholen zu können. Und ich glaube, das ist auch im Vertrieb wichtig, weil ansonsten funktioniert der Vertrieb nicht. Und genauso wichtig ist es aber wieder hier, Jan Sommer hinten im Tor stehen zu haben, der alles managt, der von hinten alles koordiniert. Und nur so kannst du eben auch Schlachten da draußen gewinnen. Punkt. Ja, auch hier unsere Zeit-Table einzuhalten. Corinna, auf einmal wir hatten ins Büro, haben uns eingerichtet, war ein halbes Jahr drinnen. Da waren wir im Dubai mit einem Freund und Unternehmerpärchen. Ich bin raus, grüße an Patrick. Und dann auf einmal kam er zurück und dann war hier Lockdown. Und das war für uns so, oh fuck, fuck, was machen wir jetzt? Haben wir uns echt ein Wochenende, waren wir im Büro da gesessen, ich weiß, Philipp war damals auch dabei und dachten uns so, scheiße, Alter. Jetzt ist es vorbei. Jetzt haben wir es bis hierhin geschafft, aber jetzt ist es vorbei. Ich glaube, es ging vielen im ersten Lockdown, März 2020 war das. Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, wir haben auch viele erfolgreiche Unternehmer gefragt, ich bin gesprochen und jeder hat gesagt, scheiße. Du wusstest ja nicht, was los ist. Wusstet ja keiner, was Sache ist. Es war ja für alle auf einmal wie so, jetzt ist die Welt mal kurz stehen geblieben. Und alles ist entschleunigt und zwar auch für uns so, aber auch hier wieder, glaube ich, unsere große Stärke, lass einfach mal machen. Sehen wir am Montag raus an alle, die da waren und haben gesagt, okay, pass auf, vor allem auch unsere Kunden, wir kriegen das hin. Lass uns weitermachen. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt in die Steinzeit zurückfallen. Wir müssen ja irgendwas tun. Und dann sind wir raus und haben damals ein neues Coaching entwickelt. Und unser Vorteil ist, wir waren schon immer auch sehr digital und viel umgestellt und sehr zoomen. Wir haben halt dann eine Ding, klar, Direktkontakt ging nicht in dem Moment. Das war einfach nicht mehr machbar. Haben wir dann gesagt, okay, dann lassen wir das halt einfach. Dann lassen wir das, machen wir halt nicht mehr. Wir hatten zum Glück unsere Online-Akademie, was sehr, sehr viel geholfen hat, die forciert aufgebaut, weil die Menschen auf einmal, ja, was tun mussten auch von zu Hause und viel Zeit hatten. Netflix und Co. war dann auch bei vielen wahrscheinlich relativ schnell durchgelutscht. Ja, dann haben wir halt auf neue Pferde gesetzt. Auch hier wichtig, glaube ich, immer in das Vertrauen zu gehen, dass du Dinge auch kannst. Und ich glaube, auch an sich zu glauben und vor allem auch Vertrauen in deine Dienstleistung zu haben und dann funktioniert das auch. Viel intuitiv haben wir gemacht. Viel intuitiv. Das war unsere Stärke. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, weil wir dir unseren Markt kennen, unsere Kunden kennen und unsere Kunden mussten ja auch Alternativen finden. Also nicht so, dass nur wir betroffen waren, sondern ihr wart ja alle betroffen. Und ihr musst auch Alternativen. Also vorher war die Finanzberatung immer am Tisch und bis zu 100 Kilometer zum Kunden gefahren. auf einmal wollte ich der Kunde ja gar nicht mehr sehen. Also wusste ja keiner, was es ist, dieses Ding. Ja, dann haben wir halt gesagt, okay, es muss ja auch über Online gehen. Zum Glück gibt es ja die Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Dann haben wir unseren Kunden geholfen. Wie präsentierst du dich online? Wie sitzt du vor der Kamera? Was machst du? Wo tust du deine Hände hin? Was machst du mit deinem Gesicht? In Kleister ist es noch da, wo es soll nach einer Stunde? Ja, das war unser zweiter großer Durchbruch. Wen bildest du richtige Texte etc.? Das waren alles Punkte, ja. Und auf einmal haben wir gefühlt unseren Umsatz fast verdoppelt. Das war unser zweiter Durchbruch. Und dann ging es richtig rund. Und dann kamen auch immer mehr Menschen zu uns. Wir haben immer weiter ausgebaut. Und dann haben wir 2020 haben wir uns dann erst noch einen kleinen Traum erfüllt, aber da kommen wir nochmal in einer anderen separaten Folge dazu. Dann haben wir 2021, das ist irgendwie so gewachsen, hatten auf einmal Mitarbeiter im Innendienst und hier und alles Mögliche und haben gesagt, okay, wir brauchen ein größeres Büro. Da haben wir ja zum Glück gute Vermieter, weil hier jetzt was zu bekommen bei uns in der Gegend, können gehen wir auf E-Muskot oder so schauen, ist sehr schwierig. Also sind natürlich jetzt hier nicht im Ballungszentrum München, sondern sind hier natürlich außerhalb aktuell. Und da einfach, ja, haben wir dann uns vergrößert von, also erstmal haben wir noch die andere Etage dazu genommen im alten Büro. Von 400 auf 700 hoch. Genau, dann sind wir von 400 auf 700 hoch. Da haben wir halt immer Alternativen gefunden. Also auch hier will schnelle Umsetzungsgeschwindigkeiten, Lösungen finden. Unsere Jungs sind alle sportverrückt und lieben das auch. Ja gut, Fitnessstudio ging nicht. Corona, keiner wusste, wie lange das noch geht. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns Fitnessstudio kaufen. Ja. Haben wir Maik und ich über Kontakte spielen lassen. Auch hier, es gibt für alles den richtigen Kontakt, du musst die nur finden. Haben wir ein Fitnessstudio reingekauft für die Jungs und Mädels mit Plan, Hygieneplan, auch falls jetzt jemand sich aufregt, war immer alles gut getaktet. Wir hatten viele Einzelbüros, deswegen konnten wir auch die Leute nicht, mussten sie nicht ins Homeoffice schicken, sondern konnten auch immer alles vor Ort abbilden. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir wirklich für alles Lösungen gefunden. Wir haben einen Massagestuh reingekauft, dass sich jeder entspannen kann. Also hier wieder, das Umfeld ist super wichtig, auch bei uns. Aber wir haben halt daraus versucht, aus einer schlechten Situation etwas Gutes zu machen. Und das haben wir schon immer geschafft. Aus etwas Schlechten oder wenn es dir nicht so gut geht, etwas Gutes zu schaffen. Einfach umdenken. Du kannst ja auch ein negatives Gefühl, ein Learning draus ziehen und etwas Positives draus machen. Auch hier wieder, Maxi, muss ich aber kurz reinreden, alles richtig und gleichzeitig, möchte ich hier einknüpfen, und gleichzeitig ist es wichtig, wenn du mit Stresssituationen richtig umgehen kannst. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, und ich habe ja eine, oder wir haben einige erlebt während der Zeit, die konnten damit nicht gut umgehen. Voll. Wir haben auch einige leider, also wirklich vor die Hunde gehen sehen, weil die sicher psychisch abgedriftet sind. Ja. Und drei der acht Weltuntergänge sind natürlich nicht eingetreten in den letzten Jahren und das ist halt echt schwierig, dann dadurch zu halten. Ich glaube, du darfst dich nicht in so eine Liturgie verfallen lassen, komplett in so eine Negativspirale, sondern versuchen auch immer ein bisschen objektiv zu bleiben. Ich meine, wenn du uns morgen in den Komet trifft, hart gesprochen, dann ist es sowieso vorbei oder was weiß ich, wenn was passiert oder einer eine Atombombe abwirft, dann ist es so. Aber du musst schlussendlich auch immer nach vorne blicken und sagen, es geht weiter. Ja, absolut. Was würdest du sagen, unabhängig jetzt, wir sind im Büro, wir haben tolle Menschen um uns rum, es kommen über neue Menschen noch dazu, gerade hier Unterstützung bei uns. Was würdest du sagen, sind unsere Pläne in den nächsten Steps? Noch mehr Mitarbeiter. Wir bauen noch mehr Mitarbeiter auf. Wir wollen noch größer werden. Wir wollen noch präsenter sein, dass uns ganz, ganz viele Menschen da draußen kennen und auch verstehen, was wir machen und was wir tun und wo wir ihnen weiter Unterstützung leisten können. Und ich spreche jetzt für uns beide, dass es uns extrem wichtig ist, da draußen einfach auch mal in der Vertriebswelt wieder so ein Signal zu setzen. Weil es gibt viele Menschen, die dir das ständig erklären, immer wie es gehen könnte. Aber wenn es dann wirklich mal darauf ankommt, nimm doch mal den Hörer in die Hand, mach es mir live vor, geh mit mir doch mal auf die Straße, zeig mir mal, wie man Menschen für sich gewinnt, zeig mir mal, wie man andere Dinge erfolgreich einsetzt, dann hört es meistens schnell wieder auf, weil sie einfach nicht aus der Erfahrung sprechen, sondern der Erfolg von gestern ist halt leider Gottes der Kompost von heute. Deswegen geht es immer darum, von Menschen eben auch zu lernen und zu profitieren, die eben am Puls der Zeit sind. Und ich glaube, das haben wir in Perfektion verstanden. Wir haben auf jeden Fall, was halt sehr wichtig ist, glaube ich auch, hier immer neue Märkte zu erschließen. Also egal in welcher Branche ihr seid, schaut, wo ihr neue Kundenkreise erschließen könnt, eine neue Bubble, haben wir auch lernen dürfen, immer eine neue Bubble auch anzuzapfen. Und wir haben eins, die letzten sechs, sieben Monate vor allem stark gemacht, wir haben uns auf ein neues Kundenklientel gestürzt, vor allem wir beide, Unternehmenskunden. Und wir sehen halt einfach im deutschen Mittelstand einen riesigen Gap und der ist im Verkauf. Vertrieb, Verkauf, Orga dahinter. Weil viele ruhen sich einfach noch auf ihren Bestandskunden aus. Und das ist auch okay, das ist auch wichtig, hält auch so ein Rad am Laufen. Aber wer nicht wirbt, der stirbt. Also du musst in Zukunft aktiv rausgehen, ein neues Geschäft dranholen. Und ein Vertriebler, der nur rumsitzt und die Bestandskunden abfährt, Kaffee trinkt und die ein bisschen betreut, das ist kein Vertriebler, das ist eine Kostenstelle, aber keine Umsatzstelle. Und da gehen wir vehement halt gerade rein in den Markt und merken auch, da ist einfach sehr viel Potenzial da und viele Firmen im Mittelstand brauchen Hilfe. Die brauchen wirklich Hilfe. Nicht nur in systemischen Sachen, da gibt es auch sehr, sehr gute Anbieter am Markt, wirklich, die auch wirklich helfen, bekannter zu werden, größer zu werden, Systeme zu schaffen, sondern auch in dem wirklich Punkto-Thema Vertrieb. Und da merkt man einfach riesige Gaps. Was wir auch so mitbekommen, mit einfachen Dingen kann man sehr viel umstellen. Und auch hier haben wir uns halt wirklich sehr viel fortgebildet. Und ich glaube, das ist noch ein Punkt, der sehr wichtig ist. Nicht nur mal denken, ich bin der Coolste und ich bin hier der Gorilla und kann klopfen. Nee, du musst dir auch wirklich mal Input von außen holen. Coaches mal ranholen, die dich wirklich an die Hand nehmen, die dich wirklich schulen. Wir geben jedes Jahr sechsstellig dafür aus und lassen uns wortwörtlich echt in den Arsch treten. Weil es nicht anders geht. Also du musst dich ja reflektieren. Du siehst ja deine blinden Flecke, deswegen ist es ein blinder Fleck. Den siehst du ja selber gar nicht. Ich will mich ja auch von keinem coachen lassen, ohne es jetzt hier jemandem zu nahe zu treten, der vielleicht selber Coach ist. Ich habe vor jedem Respekt, aber ich will mich von keinem coachen lassen, der zum Beispiel ein Zehntel davon verdient, was wir verdienen oder sonst was. Weil das ist ja dann quasi Rückschritt, ohne es böse zu meinen. Und ich will ja mich an Leuten orientieren, die mir sagen, pass auf, wenn du das und das machst, dann wird das und das eintreten. Also wir orientieren uns ja immer auch an Menschen, die schon dort sind, wo wir hin möchten. Das heißt nicht, dass einer, nur weil er weniger verdient, dadurch kein gutes Wissen hat, was uns bringt, aber wir wollen ja schlussendlich auch, wohin, wo, die Frage ist ja immer, was ist dein, was ist deine Benchmark? Wo möchtest du hin? Und No Limits ist glaube ich auch so unser Motto. Wir wollen immer weiter, immer höher, immer schneller, aber auch natürlich das mit einer gewissen Achtsamkeit und Bedacht vorgehen und nicht einen Schnellschuss zu machen. Und das ist glaube ich das, was uns beide auch schon seit Jahren wirklich erfolgreich macht. Nicht immer dieses schnell, 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 sondern auch mal bewusst zu überlegen, wollen wir überhaupt mehr von dem? Weil mehr von dem heißt gleichzeitig auch wieder mehr Kosten, heißt mehr Verantwortung, heißt mehr Probleme. Ich kenne so viele Unternehmer, die machen so viel Umsatz, ist nett, wenn du viel Umsatz machst, auch wenn du nachher keinen Gewinn hast, ist es auch beschissen. Auch hier nochmal anzustellen, nicht jeder Coach muss gleichzeitig viel verdienen. Ich glaube, wichtig ist auch, weil es gibt auch viele da draußen am Markt, die verdienen echt viel Geld, die machen viele Gewinne, aber die sind halt einfach in ihrer Persönlichkeit null. Wirklich eine Niete. Und hier ist auch wichtig, auch Coaches zu suchen, die euch in ihrer Persönlichkeit schärfen, eure Sinne schärfen, weil das ist enorm wichtig und wir kennen auch viele Menschen, die sind einkommenstechnisch, jetzt rein was so deutscher Mittelstand, rein was so Sales, Vertriebsszene angeht, sind die fast nicht zu übertreffen. Also ich kenne wenige, also ich kenne keinen, aber die lassen sich auch von Menschen schulen, die jetzt vielleicht nicht monetär, geldtechnisch so viel verdienen, weil dann wird es echt eng, aber die einfach eine unheimliche Fähigkeit haben, eine Persönlichkeit haben und denen gibt es oft, ist nicht jedem sein Ziel, immer viel Geld zu verdienen, sondern andere haben auch andere Ziele, also es gibt auch noch ohne mich davon andere Sachen, aber hier ist es wichtig, jemanden zu finden, der ja auch wirklich mal ehrliches Feedback gibt und die wenigsten, wie du schon anfangs gesagt hast, im Eingang, können ehrliches Feedback vertragen, wenn es nicht in der Gruppe ist, hol es dir privat ein. Weil es kann vielleicht sein, dass du denkst, du bist auf dem richtigen Weg, aber du läufst einfach in eine komplett blinde Richtung oder du agierst, verletzt Menschen dadurch, was vielleicht gar nicht deine Absicht ist, aber wirklich die Absicht dahinter muss stimmen, wie verhältst du dich, wie gibst du dich, wie redest du mit den Menschen, was sind so deine Themen in dir, da reden wir noch in einem separaten Podcast und vielleicht schaffen wir es, die eine Person in den Podcast zu holen, müssen wir wahrscheinlich viel über Redungskünstler leisten, dass wir die hier erheben können, kriegen wir hin, ich hoffe doch, aber da kannst du echt, da kann man so viel an sich arbeiten, und ich glaube, hätten wir das nicht gemacht, die letzten Jahre an uns gearbeitet, würde es glaube ich DdK nicht mehr geben. Viel Streit. Viel Streit, viel Energie, Kraftaufwand, unsinnig Kraftaufwand. Bei den meisten ist es ja vor allem im Vertrieb, jetzt mal kurz vor dem die ganzen Ego-Themen. Siehst du es ja, wenn du fünf so Gorillas hast, wie es bei uns ist im Office, dann hast du beziehungsweise Philipp und Bruno oder auch Julian und du hättest nur so Ego-Leute um dich herum mit uns beiden, dann wird es nicht funktionieren. Weil da sticht der eine dem anderen das Messer hinten rein und das ist halt unsere große Stärke, dass wir da mit den Jungs gemeinsam an solchen Themen arbeiten. Nachdem unsere Community jetzt auch zu Ende des Podcasts von Folge 1, ich war sehr gespannt, ich war wirklich sehr aufgeregt auch. Ich auch, ich habe immer noch ein bisschen ein paar Planing an den Händen. Ich habe auch echt Bock da weiter zu machen. Haben wir gefragt, welche Themen interessieren euch, was wollt ihr so hören, was ist euch wichtig? Kamen ein paar Fragen hoch und stelle ich dir mal zwei persönliche Fragen und ich glaube, das werden wir jetzt jeden Podcast ein bisschen mit einbauen. Was ist aktuell deine Lieblingsmusik? Es hat jetzt gar nichts mit Vertrieb zu tun, vielleicht auch doch, weil du motivierst dich, man motiviert sich auch ein bisschen über Dinge. Was ist aktuell deine Lieblingsmusik? Vielleicht auch immer noch, also es gibt vielleicht, ich kenne dich ja, es gibt ja so ein paar Hits, die wirklich dein Leben lang gefühlt schon seit ich dich kenne. Ich weiß, wir haben früher immer im Auto bei dir im ersten Abad, er hatte CD, also noch kein USB-CD, kennt der vielleicht der eine oder andere gar nicht mehr. Hatten wir immer diese eine Playlist, 24 Lieder drauf und Lied Nummer 12 von Afrika. Aha, von Toto. Ja genau, da wird es immer ganz laut, was das Ding hergegeben bei uns in Afrika. Also wenn ich mal, ich höre so gut wie in dem Radio, aber wenn ich im Auto drin sitze und ab und zu mal Radio reinmache, dann finde ich Beats cool, den Radiosender oder auch Sunshine Live, weil die haben immer coole, abwechslungsreiche Musik. Zumindest abends, weil tagsüber kommt immer, wiederholen die die gleiche Scheiße achtmal, Grüße gehen raus und ansonsten muss ich sagen, Depeche Mode oder so, finde ich auch cool, das immer mal wieder zu hören. Und vielleicht noch ein Ansatz, den finde ich auch lustig, ich höre auch gerne mal Sachen aus den 90ern oder 2000er, also so. Ist auch geil. Jetzt nicht unbedingt Britney Spears. Und Justin Timberlake ist auch geil. Oder Justin Bieber ist auch cool. Was sind deine Dinge raus? Bei mir switcht das immer so ein bisschen, also im Sommer mag ich lieber sehr gerne Deep House, so ein bisschen in die Richtung, gibt mir einfach den Vibe, aber tatsächlich, aktuell, ich habe mich in den letzten Monaten ein bisschen anstecken lassen, sehr stark auf Orchester, Vocal-mäßig, also wirklich so Live-Musik, Musical-mäßig, ich habe ein paar Musicals besucht, finde ich halt diese darstellende Künste, sehr krass, sehr kreativ, sehr inspirierend, vor allem auch, was so ein Mensch leisten kann und das finde ich sehr, sehr spannend und sehr geil, wenn man halt wirklich so Orchester, Christopher Tinn, die hat ihr auch gezeigt, das ist auch, können wir auch mal reintun, glaube ich, das ist, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke und das irgendwie bei uns an der Anlage laufen, das kriege ich echt Gänsehaut oder so, wirklich schon fast Pipi in den Augen, weil es echt so deep und so heftig ist. Und weil du mir da, oder weil du ja jetzt nochmal ein paar Dinger hinzugefügt hast, Hans Zimmer. Ja, Hans Zimmer. Time, Time ist so mein Ding, wenn ich Time höre, ich glaube, das hat uns auch schon über die letzten Jahre begleitet, da sind schon viele Tränen geflossen, also wenn ich dieses Time, hoffentlich, Momo macht es bitte nicht rein, Hans Zimmer, Time. Also wenn ich das jedes Mal höre im Auto, bei Vollgas, dann, also nicht Vollgas, wenn ich Vollgas fahre, sondern Vollgas laut habe, dann kommt mir oft Pipi in den Augen, dann wird es schon sehr melancholisch. Also Hans Zimmer, muss man auch sagen, ist ein großer Inspirator für uns auch für das Business gewesen und ich glaube für viele Creatives da draußen ist Hans Zimmer absolute Inspiration. Wir gehen auch, der macht ja gerade eine Tournee dieses Jahr, suchen wir auch ein Konzert davon, weil wir einfach sagen, okay, wir brauchen wieder auch mal neue Inputs und neue Inspirationen von außen, auch jeder Tipp. Danke an Emra, du hast ihn ja in Dubai gesehen, ich glaube Momo, du warst auch dabei, Grüße gehen raus, das wollen wir unbedingt noch machen. Dann noch eine witzige Frage, also Spitzenamt brauche ich dich nicht fragen, das war auch eine Frage, weil du heißt Mike, du bist eigentlich immer Mike. Was war deine peinlichste, du bist ja so modeverrückt und affin, das ist ja so ein Hobby von dir, aber da kommen wir, ich glaube im nächsten Podcast reden wir drüber, was ist deine peinlichste Modesünde, die du je begangen hast? Peinlichste Modesünde, die ich je begangen habe, das ist gut, wenn du mir kurz 20 Sekunden Bedenkzeit gibst, warte mal kurz, ich habe was. Nur Mode oder Frisuren? Also rein Mode. Mode, egal, kann doch Frisur sein. Also Frisur war es damals so Beckermäßig Fukuhila, ich sah richtig beschissen aus, das war so mit 15, 16, da gibt es auch noch ein altes Bild, ich muss raussuchen, sah richtig beschissen aus und ich hatte früher, da gab es doch diesen Trick, wenn du hergegangen bist und die Hosen so mit Klo voll gemacht hast, dann warst du so befleckt, also das gab es damals, das war damals so ein bisschen Trend und ich hatte dann immer so Fubu-Hosen an der K-Hart, vielleicht sagt dir das noch was, Osiris so und ich hatte es bis zum Arsch runter und mein Dät hat immer zu mir gesagt, ob ich in die Hose geschissen habe und so weiter. Also es war damals cool, aber wenn ich es heute mir anschaue, denke ich mir, um Gottes Willen, wie bin ich damals rumgerannt? Was war es bei dir? Also meine Schwester hört bestimmt den Podcast, auch hi. Wir hatten es erst am Wochenende, also bei uns ist es glaube ich, wenn man es uns die Kinderalben anschaut, von damals würde ich sagen, ja, definitiv, was wir damals getragen haben. Aber ansonsten, es gibt immer so, ich glaube so Trends, wo du heute denkst, oh Gott, what the fuck und damals war es halt irgendwie geil. Ja, aber das war schon so die größten Modes. Einmal hat es voll Spaß gemacht, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war richtig cool für unseren ersten Podcast. Ihr dürft gerne mal selber abstimmen, kommentieren, wie es ihr so gefunden habt. Gebt uns gerne Feedback und Fragen, haut gerne Fragen auch raus an uns, wenn ihr irgendwas wissen wollt, über was wir reden sollen oder wenn ihr wisst, coole Gäste, wir haben schon ein paar Gäste geplant und ein paar haben auch schon zugesagt. Können ihr euch darauf freuen? Die einen oder anderen werden echt ein Kracher, das schaffen nicht viele, die in einem Podcast zu bekommen und schön, dass wir das Ding hier gestartet haben. Ich freue mich auf viele weitere Folgen, spannende Momente und coole Inputs. Dankeschön für deine Zeit. Danke dir. Danke euch. Danke euch. Danke euch.